Gute Laune im schönen Zillertal. Handball-Erstligist TVB Stuttgart sowie Bundesligist Werder Bremen bereiten sich aktuell im Trainingslager im Zillertal auf die kommende Saison vor. Daher lässt es sich Handballstar Silvio Heinevetter nicht nehmen, das Training der Bremer zu crashen. Prompt sitzt Heinevetter auf dem Rasenmäher und zerstört kurzerhand die Streifen auf Bremens Trainingsplatz. Der Platzwart verpasst ihm einen leichten Einlauf, nimmt es aber mit Humor.